Also wir zielen hat er es nicht so, ne? Wir standen da ganz ruhig. So. Lafayette, ziehen Sie den Kopf ein. Wir müssen den Scharfschützen ausschalten. Am Soleimonten führen. Ziel erledigt. Das ist ja fast schon wie bei... Wie bei... Ähm... Fuck, wie heißt das Spiel? Er hat es eben Update gezogen. Ähm... Wow! Oh, der hat mich ganz schön erwischt. Ähm... Der Bad ist nicht. Yo! Ui! Oh! Wir sind tot! Auch nicht schlecht. Lafayette, ziehen Sie den Kopf ein. Aber... Wir müssen den Scharfschützen ausschalten. Absolument, Monsieur. Ein sehr humaner, äh... Rücksetzpunkt. Ich möchte die andere Waffe nehmen. Achso, bei Battlefield ist es auch so, dass wenn... Leute nach einem Ziel... Scharfschütziger Tropfen! ...dass man dann auch... Ähm... Da oben. Das Zielfernrohr sieht man dann auch so... Blitz... 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 Blitzen... ...durch... Reflektieren! Rück dich doch mal! Jetzt schießt er auch endlich! Ne, oder? Ah! Warte! Dickung, so geile Hacke! Äh, das ist die Funktion, die wurde uns mal ganz am Anfang erklärt. Und das hab ich bei meinem ersten Spielgestellung total verpeilt, dass es die gibt. Ich werde befossen! Ach, echt? Und zwar, ähm... Wenn wir mehrere Gegner treffen, dann lädt sich unten rechts, seht ihr da so'n... ...so'n kleinen Balken unter, äh, der Munition, die wir haben. Die lädt sich dann auf. Und... Je mehr wir da an den Balken haben, desto langer ist dieses Ziel gedöhnt. Ich muss nachladen! Jo, dann laden wir nach. Ahhhh! Ich muss nachladen! Und du? Und du? Ich muss nachladen! Ich muss nachladen! Also ich weiß... Ich muss nachladen! Ich muss nachladen! Juuu. Wow, 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 wow. Ich muss immer alles schmeißen. Uiuiui. Nein! Ja, echt? Hier haben wir noch irgendwas, was ich mitnehmen kann. Irgendwie... Ammo oder so. Hier ist noch ein Granetschinder. So. Nimm mit. Ah, da ist Munition. Da, da ist Munition. Da. Hier vorne gerade noch, ob hier noch was ist. Ne, nur ein Besen. Na gut. Äh... Dann... Na gut. Oh, da bin's. Jetzt ist es nur so eine olle Waffe. Ich bleib bei dem Gewehr, was ich hab. Ja. Können wir da lang? Nein. Okay, das, was jetzt kommt, da hatte ich glaube ich Probleme. Bei meinem Durchgang. Auf leicht. Blindenschütze. Er ist genau dir! Ich hab ihn! Alter, ich bin's am soften, ey. Ich hole ihn mir, Koppel! Bist du denn des Wahnsinns? Nicht dahin! Hier hinten hin. Ich hätte vielleicht doch den Gewehr mitnehmen sollen. Ja, ich hab den Gewehr mitnehmen. Okay. Ach komm, mach mal nochmal. Das hat sehr viel gebracht. Leg dich hin. Ich wollte grad sagen, leg dich hin. Ja, mit dem Zielen ist es halt irgendwie nicht so. Ja, solange hier keiner hoch stolpert, ist es eigentlich egal, wie lange das dauert. Habe ich den getroffen? Den habe ich getroffen. Der Rebellen neutralisiert. Verdammt! Da stand einer. Das war nicht ohne. Haltet sie auf, ich rücke vor. Ähm. Jawohl, Sir. Ach so, Helle! Klittergranate! Fuck! Ich habe jemanden getötet. Das ist schön. Ich habe jemanden getötet. Das ist schön. Eieieieiei. Was hat der Franzose gerade gesagt? Das ist wirklich aufregend? Das ist ja noch einer. Ziel erledigt! Da kommt noch einer. Er ist genau hier! Ich habe ihn! Ach, Kumpel! Tot? Ich habe ihn! Genau hier! Wow! Dich hole ich mir, Kumpel! Ich lade nach! Also ich hasse diese Flinten-Putzis, ne? Die sind sehr, sehr nervig. Ich glaube mal nicht, dass jetzt noch einer kommt. Ja? Was? Ach so, Granate. Muss du auch sagen, ey! In deinem Französisch muss ich nichts anfangen. Das war knapp. Habe ich schon eine Granate? Oh, das war es so. Wer verbraucht, Granate! Mal hier ein bisschen smoken. Ich stehe unter der Schuss! Ich stehe unter der Schuss! Ich stehe unter der Schuss! Mein Freund! Oh, Mist! Wie gesagt, ich hatte hier Probleme. Ich kann hier oben ein bisschen reinhauen. Achtung, Marquis! Ich hätte mir vielleicht doch das Scharfschützen-Geser nehmen sollen. Oh nein, da kommt noch einer! Kopp, 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 kopp! Zwei! Oh! 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 Okay, der ist tot. War hier nicht noch einer? Waren das nicht drei? Ja! Mach, mach dicht, Mann! Oh! Oh! Oh, da war ein schöner... Ein schöner Kopfschuss! So! Okay! War ich jetzt einmal zu faul und dann... Hätte ich doch lieber ausweichen sollen. Äh! Okay, das kann ich nicht benutzen, weil... Weil ich keine Munition mehr für den Revolver hab. Wow, warum ist der explodiert? Okay, da ist noch einer. Nimm ich ihn hier. Ins Bein geschossen. Wir müssen weiter und runter von der Straße. Ah, Munition ist hier voll. Ach, das ist eine Schrotflinte. Da bin ich ja nicht so der Freund von. Da liegt ein Scharfschützengewehr rum. Ich fass es nicht. Na gut. Sei zu sicher. Ja, grad nicht. Munition. Eine Granoddy. Hier ist auch nochmal Munition. Nee, ich will wieder... Also, ich gehst mir lieber hier mit... ...mit die Waffe. Bronorri. Bronorri. Zu sehen gibt's ja nicht viel, außer halt... Oh, da war noch eine Granate. Jo. Etwas Hilfe mit dem Wagen. Etwas Hilfe. Etwas Hilfe. So. Das konnte der Franzose nicht alleine, oder was? Hier kommt man doch hoch. Was will man hier oben? Komm mal hoch aufs Dach. Nee, ich geh erstmal hier rein. Da gibt's nämlich was. Poverty und Regress. Was steht denn da oben drüber? Illustrated Gazette. Oder so. Oder so. Oder so.